Howdy Partner, Alex hier. Tja, heute Abend ist es soweit. Retromania 1. Jawohl, es geht los und wir werden mit ein paar Super Nintendo Klassikern rein starten. Und ich hab mir auch schon ein bisschen überlegt, welche Games denn so vielleicht euer Interesse wecken könnten. Also als erstes fallen mir natürlich Super Metroid und Legend of Zelda A Link to the Past ein. Dann ist mir auch eingefallen, hey, wie wäre es denn mit Mega Man X? Naja, wir werden hier heute Abend sehen. Ich kann euch ja fragen, worauf ihr Bock habt. Und innerhalb eines 3-4 Stunden Streams haben wir auch mehr als genug Zeit, einfach mal zwischendurch zu wechseln. Von daher, ich freu mich auf euch. Mein Name ist Alex, ich kam, ich sah, ich spielte.